Hallo zusammen, hier ist wieder Heutzutage und wieder für euch in Dragonfly No X. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können unter Erweiterungsfeatures und dann unter Drachenreiten. Und hier haben wir das Achievement Herausforderung der Küste des Erwachens. Und ja, dafür müssen wir mal wieder ein paar Drachenrennen absolvieren. Und diesmal sind es die Herausforderungsrennen. Und hier ist es so, dass gleich in Anführungszeichen zwei Schwierigkeitsgrade in einem Achievement drin sind. Wir haben nämlich die Herausforderungsrennen einmal vorwärts und im selben Achievement quasi auch rückwärts. Und ich würde sagen, wir gucken uns die einzelnen Rennen jetzt mal alle an, sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärts-Modus. Beim allerersten sind wir schon angekommen. Ich bin einmal in der Küste des Erwachens, hier auf den Koordinaten 73, 33 und da haben wir das erste Rennen. Übrigens, kleine Info, hier unten, wo jetzt auch eine Flagge ist bei den Koordinaten 73, 52, gibt es eine Quest für das ganze Herausforderungstour, schimpft sich das. Da müsst ihr in jeder Zone ein Herausforderungsrennen machen für Leute, die Quests sammeln und gerne noch 56 Gold mitnehmen. Ist es vielleicht was, könnt ihr sie vorher annehmen und dementsprechend dann mit den Achievements auch gleich die Questbelohnung bzw. die Quest mitzunehmen. Juti, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Also wir fliegen einmal den Herausforderungsmodus, also die erste Strecke, vorwärts und dann gucken wir mal. So, ich glaube, ich muss jetzt am Anfang noch kurz was erklären. Und zwar, ich habe jetzt ein paar Trys hier bei der ersten Strecke quasi geflogen, habe es jetzt auch geschafft, auch tatsächlich auf Gold. Wir wollen uns das Ganze natürlich im Gold anschauen und nicht im Bronze. Und so wie ich normal geflogen bin, habe ich nicht mal Silber quasi hingebracht. Als kleiner Tipp, es gibt so eine Art, ja, das heißt Delfinflug, wo man quasi das nach oben fliegen drückt. Das ist jetzt bei mir die Leertaste, also da habe ich das gebeindet. Also quasi das so nach oben fliegen drückt und dann gleich die Schnauze wieder runter. Also man fliegt nach oben fliegen, also ihr fliegt quasi, schaut nach oben, drückt das nach oben fliegen und gleich wieder runter. Und dann kriegt ihr halt irgendwie so den maximalen Speed. Delfinflug heißt das. Und ich habe das jetzt mal getestet und im ersten Try, wo ich das getestet habe, habe ich direkt Gold geschafft. Das macht wirklich einen großen Unterschied. Ich würde sagen, den Run schauen wir uns jetzt nochmal so an, weil da habe ich nicht viel zu gesagt. Und da habe ich es jetzt einfach mal ausprobiert, ob es funktioniert. Ich habe das jetzt gleich hier am Anfang, also nach oben und dann gleich wieder nach unten. Und da seht ihr dann, was das gleich für einen Unterschied macht. Das habe ich jetzt einfach dann in dem, ich glaube, war das der oder der nächste Try, habe ich es die ganze Zeit probiert. Mindestens ab der Mitte von dem Ding. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, nach oben und gleich wieder nach unten. Und dann im nächsten auch gleich wieder. Seht ihr, man wird extrem schnellst dadurch. Also das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und anscheinend sollen da die meisten Strecken mit um einiges leichter sein. Also immer in die Ringe rein, dann wieder nach oben beim nächsten und wieder direkt nach unten. Ich habe es, glaube ich, hier noch nicht optimal gemacht. Wie gesagt, das ist das erste Mal, wo ich das jetzt hier ausprobiert habe. Aber wo ich quasi einfach nur den Vorwärtsschub gedrückt habe, bin ich bei der Strecke halt zwischendrin so langsam geworden. Beziehungsweise habe es fast gar nicht ins Ziel geschafft. Und so hast du eigentlich immer einen relativ vernünftigen Speed. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und bei den anderen Strecken muss ich es jetzt mal noch ein bisschen perfektionieren. Bloß, dass ich das ja gleich am Anfang schon mal gesagt habe. Seht ihr, da haben wir Gold geschafft. War zwar knapp, aber es war weit weg von quasi gut geflogen. Juti, dann haben wir die fertig. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns den Rückwärtsflug noch an. So, next try. Also nach oben. Vorne. Oben. Darf ich vielleicht im Optimalfall nicht hängen bleiben? Spare ich mir nämlich ein Elan. Jetzt hier nochmal nach oben und dann gescheit nach unten. Diese grünen Orbs, die jetzt hier von dem Traumevent noch sind, ist ein bisschen nervig, weil die loote ich dann versehentlich immer und habe das ganze Sichtfeld voller dieser Orbs, was halt sau nervig ist. Warte mal, dann kicke ich mich jetzt hier mal nach vorne. Dann nach oben. Dann nochmal nach oben. Weiß ich nicht, ob das jetzt reicht. Nice, diesmal hat es gereicht. Okay, wie viel waren wir drunter? 0,4, 0,38. Ja gut, haben wir das auch geschafft und können wir weiter zum nächsten. So, da la, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar jetzt hier auf den Koordinaten 55, 41. Und wir fangen wieder mit quasi dem Vorwärtsrennen an. Und zwar halt, das ist irgendwie der falsche, mit dem müssen wir quatschen. Also Herausforderung und dann vorwärts. Try Nummer 11. So, Speed nach unten. Dann Delfinflug. Und nach oben mit dir. Nochmal nach oben mit dir. Um die Kurve rum. Dann nach oben. Dann hier nochmal nach oben. Ich weiß nicht, da ist es glaube ich nicht wert. Ich glaube, hier speed ich einfach nach vorne und dann nach oben. Dann hier nicht mehr. Da bin ich vorhin zu weit außen rum geflogen. Speed ich lieber hier nochmal nach vorne. Und dann ordentlich nach oben. Und hier nochmal. Aber jetzt habe ich am Ende... Doch, das hat gereicht. Okay. Jetzt war ich ja über eine Sekunde drunter. Ja, ich habe da hinten bei dem Eck sonst nochmal quasi wie nochmal hoch geflogen. Das hat mich zu weit aus der Bahn gekickt. Ich glaube, so war es jetzt schon ganz gut. Okay, waren jetzt ein paar Tries, aber so hat es tatsächlich funktioniert. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die umgekehrte Strecke einmal an. So, Dala, Try Nummer 5. Jetzt machen wir gleich nach oben fliegen und dann Speed rein. Ich muss jetzt ein bisschen mehr Elan rauspulvern am Anfang. Denn ich habe am Ende tatsächlich noch Elan über. Aber mir fehlen ein paar Sekunden, beziehungsweise ein paar Millisekunden eigentlich nur. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier es nochmal rauszünden. Und mal ordentlich reinhauen. Machen wir dann den Vorwärtsschub noch. Hier von mir aus nochmal. Einmal runter und dann können wir ordentlich rein speeden. Hier reicht sogar einmal, ne? Dann hier rum. Dann setze ich... Ne, hier setze ich jetzt mal noch nichts ein. Mache ich hier nochmal den Schub. Dann hier nochmal den Schub. Und dann soll es eigentlich reichen, wenn ich hier nach oben reiße. Ja, das reicht. Also so war es gut, glaube ich. Es war aber knapp, ne? Ich habe wieder Elan über gehabt. Aber 0,1 haben wir... Waren wir drunter. Gut, dann sind wir damit auch fertig. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier unten auf den Koordinaten 63, 71. Und dort fangen wir jetzt auch wieder an mit dem Vorwärtsmodus. Sudela, Trial No. 1. Jetzt gucken wir mal. Machen wir gleich mal einen Speed rein. Jetzt geht es ein bisschen nach unten. Oh, warte mal. Hier machen wir einen Delfin-Flug über die Orb drüber. Da unten können wir ein bisschen Elan sparen. Wollen wir mal nicht, dass wir zu viel sparen. Okay, hier machen wir mal wieder Delfin. Da würde ich sagen, können wir es auch mal muss. Das Ding... Oh, hinterm Baum. Die Hunde. Aber ich habe richtig gut Elan. Also wahrscheinlich muss ich schauen, dass ich mehr rauspulver... Und mal ein bisschen Speedy Gonzales. Ich dachte, ich bin da in der Brücke hängen geblieben. Wenn ich ehrlich bin. Oh, der ist unten. Das war doch nicht schlecht für den First Try, oder? War das Goldseiten? Oh, nice. Das war Goldseiten im First Try. Ich glaube, das habe ich gut geflogen. Tatsächlich. Gut, dann schauen wir uns gleich das Rückwärtsrennen an. Try Nummer 9. So, nach vorne speeden. Dann speede ich nochmal nach vorne. Hier ziehen wir jetzt ordentlich hoch. Und dann nach unten. Ecke rum. Mit dem Flügel den Felsen touchiert. Aber das hat mich nicht weggeslowt. Also hier sieht es gut aus. Dann nehmen wir jetzt hier den Influg. Da passt es. Jetzt haue ich mal hier nach vorne. Und dann krass nach oben. Oh, kacke. Ich weiß ja nicht. Ähm. Ich weiß ja nicht. Shit. Irgendwie hat meine Leertaste gerade wieder nicht angeschlagen. Also eben wollte ich zweimal nach oben fliegen. Und beides Mal hat meine Leertaste nicht gewollt. Aber vielleicht war das gar nicht schlecht. Jetzt war ich eineinhalb Sekunden drunter. Also. Keine Ahnung. Ich wollte jetzt eigentlich gerade nach oben. Aber ja gut. Es hat auch so funktioniert. Wunderbar. Zwar ein bisschen komischer Run jetzt gerade. Aber Gold ist Gold. Und dann würde ich sagen. Sind wir mit dem Kurs auch fertig. Und können zum nächsten. So. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar nur ein paar Meter weiter drüben. Also ihr seht von hier nach da. Da sind wir jetzt auf den Konraten 62, 73. Und hier würde ich sagen. Fangen wir auch wieder an. mit der Herausforderungsvorwärtsstrecke. So. Dalla. Try Nummer 16 müsste das sein. Eben war es verdammt knapp. Jetzt muss ich alles nochmal rausholen. Also Speed. Dann direkt nochmal der Speed. Dann gleiten wir ein bisschen. Das war jetzt schon nicht ganz so optimal mit dem Gleiten am Anfang. Dann nach oben und direkt wieder nach unten. Oh. Diesmal hatten wir gut Speed hier. Vorne schießen. Schießen wir nochmal. Dann schießen wir uns nochmal hier durch. Ich habe okayische Elan. Ah. Hier wollte ich eigentlich nach oben fliegen. Aber scheiß drauf. Jetzt ziehen wir es mit dem Schub durch. Jetzt schuben wir hier einfach durch. Komm. Ich schube sogar nochmal. Okay. Nach oben. Nochmal nach oben. Ich hoffe jetzt habe ich noch genug. Okay. Und jetzt poweren wir einfach so durch. Eins. Zwei. Shit. Ein drittes habe ich nicht. Nein. Nein. Es hat aber trotzdem gereicht. Gold. Oh. Das war eine Geburt. Ich sage es euch. Aber. Ich habe jetzt hier gar nicht so auf den Delfinflug eingesetzt. Ich habe eigentlich auf der komplett hinteren Strecke hier gar nicht mehr den eingesetzt. Das war glaube ich besser mit dem Schub tatsächlich. Naja gut. Das ist so ein bisschen Learning. Dann würde ich sagen machen wir noch die Rückwärtsstrecke. Muss irgendwie gucken, dass ich die Delfin-Dinger nicht verkack. Hallo. Irgendwie kriegen wir gerade nichts. Machen wir das nochmal. Muss halt immer gucken, dass ich nach oben gucke, bevor ich quasi dann die Leer-Taste spam, ne. Weißt du, vorher der Drive war halt echt gut. Zwei Sekunden haben da gefehlt. So was kannst, zwei Sekunden kannst du halt, kannst du halt rausfliegen, ne. Nice, da haben wir es. Gold. Diesmal habe ich, ich glaube das erste Mal fast alle Delfin-Dinger richtig gespielt, ne. Mit quasi hochschauen und dann speeden. Das macht so viel Unterschied. Vorher die ganze drei, vier, fünf Sekunden. Teilweise sechs Sekunden zu langsam, obwohl ich gemeint habe, das ist gut gelaufen. Und der, der war es jetzt. Wunderbar, endlich. Das war jetzt ein schwerer Kurs. Mit weit über 20 Trice. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar hier unten bei den Koordinaten 41, 67. Und da machen wir jetzt das nächste Rennen. Und zwar einmal erst im Vorwärts-Modus. Try Nummer drei. So, einmal nach vorne. Ich weiß halt nicht, ob man da nicht lieber hochfliegt irgendwie. Und dann loslegt. Der Baum ist halt gefährlich, ne. Jetzt laden wir wieder ein bisschen Elan auf. Oh, ich habe ein bisschen was abgekriegt. Na gut, jetzt fliege ich es einfach einmal zu Ende, dass wir es sehen. Ich weiß halt nicht, wo ich nicht reinkommen darf. Ähm, ob ich quasi gar nicht das Feuer berühren darf, wie das aussieht. Lol, trotzdem nur Silber. Was, ich habe noch Gold gekriegt, obwohl ich hängen geblieben bin? Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja gut, dann machen wir jetzt das umgekehrte Rennen, hätte ich gesagt. So, Try Nummer drei. Also, dann machen wir einmal nach oben und dann einmal nach vorne. Und dann gleiten wir hier ein bisschen, bis wir ein bisschen Elan haben. Und dann schauen wir hier nach oben und nach unten. Fliege ich hier unten rum und dann wieder nach oben. Oh ne, hier, na, da kannst du es fast nicht machen. Ah, okay, das war nichts. Da muss ich aufpassen. Okay, jetzt schauen wir mal, vielleicht können wir es trotzdem noch zu Ende fliegen. Ah, ich habe leider keine Lahn, sonst könnte ich jetzt hier nach oben speeden. Ja, dadurch, dass ich einmal so eine Fontäne erwischt habe, ist halt übelst der Slow-Motion-Modus am Start. Aber vielleicht reicht es ja trotzdem noch. Ja, es reicht halt trotzdem noch. Ich habe halt übelst verkackt. Das Rennen ist halt so viel einfacher als das davor. Verkacken und trotzdem nur drei Sekunden unter Goldzeit. Perfekt, dann geht es weiter. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier oben auf den Koordinaten 47, 85. Und dort machen wir jetzt als erstes wieder das Vorwärtsrennen. Okay, auf geht's. Jetzt geht es einmal hier nach unten. Dann ein bisschen Delfinflug hier. Ich hatte am Ende eben beim ersten keine Lahn mehr. Da musste ich ein bisschen gucken. Deswegen ein bisschen muss ich jetzt hier sparen, solange es nach unten geht. Sparen wir jetzt ein bisschen Lahn auf. Dann fliegen wir es erst einmal, nämlich einmal zu Ende. Weil eventuell hat es ja einen extrem, ähm, quasi forgiving Timer. Und dann kannst du vielleicht auch hart, äh, quasi hard slow da rumfliegen. Aber hauptsache du kriegst es zu Ende. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt habe ich deutlich mehr Elan. Sind wir auch richtig schön schnell. Ich habe zwei, fast drei Lahn über. Jo, ich bin halt sogar unter der Goldsitz. Seht ihr? Also einfach nur zu Ende fliegen. Ich habe jetzt zwei oder drei Lahn nur über gehabt. Und das hat gereicht. Also ist das richtig einfach. Wunderbar. Dann schauen wir uns noch das Umgekehrte an. So, dolla. Erster Try hier im umgekehrten Rennen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich mal nach oben. Und dann Speed rein. Und dann gucken wir mal. Jetzt tun wir hier erstmal ein bisschen Elan zusammen. Obwohl, ne. Da tun wir jetzt nochmal nach oben und dann nach unten. Dann nehmen wir wieder ein bisschen Elan. Da auch noch. Und dann gehe ich hier nach oben. Nach unten. Danach kommen wir da nach oben. Da auch wieder. Da dann auch. Auch noch. Hoch. Nach oben. Oh, scheiße. Okay, ich hatte noch zwei Elan über. Aber trotzdem. Goldzeit. Abgehakt. Easy. Und next one. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar hier unten. Bei den Koordinaten. 43. 49. Ne. 94. So rum. Und da fangen wir jetzt erstmal wieder mit dem Vorwärtsherausforderungsmodus an. So, dolla. Try Nummer zwei hier. Die Strecke scheint sehr einfach zu sein. Ähm. Ich habe jetzt gerade 0,05 war ich drunter. Und ja, jetzt machen wir es besser. Am Anfang sparen wir ein bisschen Elan. Und ab dem Wasserfall können wir jetzt einmal nach oben und wieder nach unten. Dann machen wir das hier auch wieder. Dann müssen wir hier relativ scharf um die Kurve. Dann gehen wir hier nochmal hoch. Dann würde ich sagen, gehen wir da nochmal hoch. Dann gehen wir da nochmal hoch. Gehe ich mal so. Dann gehen wir hier nochmal hoch. Da nochmal. Und dann haben wir Gold. Oder das müssten wir, ja, knappe zwei Sekunden drunter. Wunderbar. Das war jetzt nicht schwer. Dann machen wir jetzt noch den umgekehrten Modus. So, dolla. Try Nummer drei. Wir gehen einmal nach oben und dann nach vorne. Der letzte Try verlief leider, ähm, ja, so ein bisschen nirgendwo, weil ich die in Strecke, den Weg verloren habe. Aber jetzt tun wir hier ein bisschen safen. Und wenn wir da hinten durch sind, dann gehen wir jetzt nach oben. Und nochmal. Hier machen wir den Vorwärtsspeed an. Dann gehen wir hier nochmal nach oben. Vorwärtsspeed. Gehen wir hier nochmal nach oben. Oben. Und da rein. Und da haben wir die Goldseite. Wir haben sogar noch Elan übergehabt. Aber am Anfang kann man sich ein bisschen was aufbauen. Hätte ich wahrscheinlich sogar auch nochmal speeden können. Gut, haben wir das auch. Dann gehen wir weiter. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar hier hinten bei den Koordinaten 23, 84. Und da machen wir jetzt als erstes das Vorwärtsherausforderungsrennen. So, dann schauen wir uns mal an, wie schwer das ist. Erster Try für mich jetzt an der Stelle. Oh, da sind jetzt auch noch so eine Worldquests. Nett, dass ich noch die Dinge verwechsel. Jetzt holen wir uns erstmal ein bisschen in den Lanum gleiten hier rein. Schauen wir mal, geht es noch weiter runter? Hier, okay. Jetzt gehen wir einmal nach oben. Oh, shit. Da ist aber ganz schön eng. Oh, ich habe alle... Ich sehe nichts mehr. Wo ist das Portal hier? Wieder nach oben. Jetzt lasse ich mir wieder ein bisschen... Okay, nach oben. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu slow. Das Ganze werden lassen. Speeden wir einmal nach vorne. Dann gehen wir jetzt nochmal nach oben. Oh, shit. Das war jetzt aber knapp. Dann gehen wir nach oben. Speeden wir. Komm, jetzt haben wir einfach den Speed durch. Keine Ahnung, Schleswig. Und hat das gereicht? Uh, da waren wir ja aber vier Sekunden unter der Goldzeit. Also easy. Keine Ahnung. First Try. Ganz einfaches Rennen. Dann schauen wir uns noch den umgekehrten Kurs an. Gut. Vorwärts war ja ziemlich free. Jetzt schauen wir mal, wie es rückwärts ist. Manchmal sind die ja relativ unterschiedlich dann in der Schwierigkeitsgrad. Aber der Timer ist meistens gleich. Von dem her denke ich mal, es wird jetzt auch nicht schwer sein. Heißt einfach sicher einmal durchkommen. Jetzt gleiten wir hier und laden ein bisschen Elan auf. Okay, hier kann ich lang gleiten. Oh, ich bin ein bisschen am Baum hängen geblieben. Die Wiese heißt jetzt gerade nirgends hängen bleiben. Oh shit. War schon wieder knapp. Muss man jetzt hin nach dahinter. Okay. Ich denke mal, das war ganz okay. Also die Goldzeit. Ja, wir müssten. Ja. Gut, haben wir es geschafft. Quasi jetzt alle Rennen auf Gold. Und ich muss sagen, ich habe jetzt für alle anderen Rennen genauso viel Zeit wahrscheinlich gebraucht, wie für dieses eine. Also dieses eine Rennen hat genauso viel Zeit gekostet, wie alle anderen. Ah, schon krass, wie ungleich die sind. Also manche sind alle, wo ich dann First Trial fliege. Und dabei und dem einen waren es 25, 30 Trials. Ich weiß es nicht. Aber gut, wir haben es abgeschlossen. Und der Key war tatsächlich dieser Delfinenflug, ne. Wenn man wirklich hoch guckt, das nach oben fliegen macht und dann gleich wieder runter. Ich habe es immer noch nicht perfekt drauf, aber es wird langsam. Juti. Damit haben wir das auch. Ja, schon mal die 44 KG-Findpunkte haben wir. Und dann sind wir durch mit dem kleinen Videoguide. Zu den anderen Zonen werde ich auch noch Videos machen. Ich fliege jetzt als nächstes Ebene von der Nara und dann schauen wir uns so eine Zone nach der anderen an. Wenn ihr das auch noch sehen wollt, könnt ihr gerne das nächste Mal wieder reinschalten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Videoguide wieder. Euer Tilar. Bis dahin. Ciao.